Schließen ist immer gut, oh Gott Adeles geht ein Bach runter. Perfekt umgestellt. Na, schreiben wir später mal an. Das ist nicht die weltspannendste Mission, aber ich glaube ich werde hier erstmal verstands bleiben. Schon allein weil hier irgendwo ne Motonen rumgammeln. Ja, schönen guten Tag. Rocket time! Hehehe, der Laden wird völlig zu klump geschossen. So, der steht jetzt natürlich wieder völlig daneben. Hm, gar nicht so blöd. Die ganze Deckung ist beim Teufel. Na ja, das machen wir mal. Der Laden ist ja eh schon hinüber, also abgeführt. Na ja, jetzt steht er da ziemlich blöd. Das sind fast Verschwendungen. Das sind die Nummer in der Hölle. Das ist ein Geräusch. Das heißt, es geht um einen Geräusch. Das sind die Nummer in der Hölle. Das ist der yolk aus dem Video nicht. Das sind die Nummer in der Hölle. Wusste ich es doch, da sind eine andere. Wusste ich! Auuuuuuu Ok jetzt wollen sie es wissen Wo stehen die Sniper rum hier? Was kann man machen? Ein Kiss Sonst macht da jemand schlecht grad so lag mäßig? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Behn unterwegs! Ganz ruhig, Soldat Ok Das ist ein Witz Das ist ein Witz Das ist ein Witz Justiere wie wir Ich mach mich auf Ich kümmere mich drum Ja und das mit der Schrotschlinde Das war eigentlich mehr als Witz gedacht Weil mit dem konnte ich eben wirklich was machen Aber gut Und ich lass euch nochmal ganz kurz eine Sekunde allein Ich will nämlich jetzt auch einen Kaffee haben Das ist ein Witz 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Herzlichen Glückwunsch Kernel W.A.V. Colonel W.A.V. wird unser Erretter. Würde ich mal sagen. Jipp. Oder? Ach, den gibt man mal die Gerichtsscanner. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Natürlich bleiben wir da. Ja, das wird doch. Ja, eines können wir uns mal leisten. Ja, das wundert mich eigentlich auch. Auf der anderen Seite, Europa hat das ganze Spiel über noch nicht wirklich Probleme gemacht. Gut, ich meine, USA ist diesen Monat eh noch fällig mit Satelliten. Ägypten, je nachdem. Ich habe keine Ahnung, ich baue ja einen Stall voll Satelliten. Da kommen, glaube ich, nochmal vier. Klasse. Ach, scheiße, das hätte ich ja eventuell. Naja, 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 naja. Eine hochgefährliche Spezies, Commander. Auch wenn das Erscheinungsbild der Kreatur weniger angsteinflößend ist, ist ihre psionische Kraft vielleicht größer als bei allen anderen. Na, ich glaube schon, Europa ist noch da. Aber ich schaue nochmal schnell. Hm. Also es sieht anwesend aus, was die da natürlich treiben, weiß kein Mensch. So, schauen wir mal. Fünf Hammer, ist ja ein Traum. Na, ja, komm. Eins, zwei, drei, ja, ist recht, vier, hey. Und einbehalten, meine Reserve. Weil man ihn nicht benutzen kann. Das, ja. 1300 monatlich.